So Leute, der Wahnsinn beginnt hier die OMER 2023 in diesen ehrwürdigen Hamburger Messehallen. Und ich bin in Hamburg angekommen und habe mir vorgenommen, so das ein oder andere kleine Video mit meinen Eindrücken hier von dieser Deutschlands oder in Europa einer der größten Digital-Online-Veranstaltungen oder Online-Digital oder wie auch immer zu berichten. Okay, also bis später. Let's go!